So meine Freunde, ihr seht sie vor mir, heute gibt es mir die Syrus Regime. Warum ist auch ziemlich simpel, denn ihr wisst, Automatik hier wäre vor allem die 600er, wurden ein bisschen gebufft. Und ich sehe viele von euch momentan wieder Syrus Regime rumrennen. Deswegen dachte ich mir gut, ey, 600 Feuerrate wurde gebufft plus Health Regen, ja doch, die muss ich auch mal testen. Will mich selbst davon überzeugen, wie gut und schlecht sie wirklich ist, nachdem ich sie jetzt so oft gesehen habe. Und ich kann ganz offen ehrlich sagen, ja, 600er Feuerrate fühlen sich jetzt extrem gut an. Vor allem die Syrus hier, ich kann verstehen, warum der Hype gerade um sie groß ist. Die Range ist überragend, die Stabby ist richtig gut, Handling braucht nicht überreden, das Ding hat alles Stats, was du haben willst. Das Einzige, was fehlt, sind vielleicht 10, 20 Range, also Punkte, aber sonst ist sie halt richtig, richtig stark. Plus natürlich, ihr kennt's, 2 Delft Magazin macht mehr Damage, plus mit dem Böcke, wenn wir Geduld halten, haben wir auch eine höhere Feuerrate, das heißt, es harmoniert eigentlich perfekt und natürlich jeder Kill hat eine Chance auf Gesundheitsregulation, das habe ich zu spät geblickt, habe die Waffe lange nicht mehr gespielt, wie gesagt. Das mit der Chance ist das Einzige, was mich echt ein bisschen nervt bei ihr. Wäre das durchgehend, wäre es aber vielleicht ein bisschen zu stark. Aber da muss ich sagen, eine Scharlach zum Beispiel hat sie auch nach jedem killt, wenn ich nicht falsch bin. Deswegen, ja, finde ich ein bisschen schade, aber sonst macht die Waffe extrem viel Spaß, ich kann jedem nur empfinden sie ausprobieren. Und ich würde sagen, ich habe mehr als genug geredet, upscamp, let's go. Soll es nicht einfach nur der sein, der eigentlich nicht stirbt, weil unbesiegbar ist? Mach ich doch. Da spielt schon wieder einer Bogen. Das kann sein. Body Bus. Nice. Hey, wo ist meine Lebensregeneration? Ich wurde gescammt. Ist sie nicht immer? Ich bin ehrlich, ich habe mir die Waffe nicht durchgelesen. Alter, ich bin so verwirrt, ne? Er hat mich so rausgebracht durch diesen Dash auf mich zu. Hab den. Ich bin von alleine, ist mir egal, ich lasse dich alleine. Okay, danke dir. Kein Ding. Kein Problem. Find ich auch. Mach dir da einen weg. Hab ich angelegt. Oh mein Gott, der hat mich genommen. Okay. Der hat mich so genommen, ich will nichts hören. Die wurden flachgelegt. Ich wurde anders flachgelegt. Ich glaube, da ist einer. Ja geschehen. Nice team und so. Du treffe ich den Nadier nicht. Alter. Ach, schon kommt der eine vorgebringt. Das habe ich jetzt nicht eingesehen. Ja, ich habe dich gesichert, ich habe mich leid. Das darf ich nicht gewinnen, das weiß ich selbst. Nein. Ein bisschen Angst in der Entzügen, bin ich ehrlich. Hab die beiden Bögen schon gesehen. Sad. Ich habe sogar die Range. Der hat sich aufkam, das war das nice team. Das heißt Teams. Muss los. Jeder warte, bis ich vorgehe, die Sau. Ja. Ich hoffe, mein Team kommt mit vor, sonst weine ich gleich. Warte mal. Alles gut. Alles wunderbar. Oh Gott. Jetzt mache ich sie gerade alle nur Loaner. Ich kriege keinen Down. Jetzt bin ich tot. Ich bin größer Legend, Bro. Ich habe Geld für Neues. Sad. Ich weiß nicht, was ist bei dir nicht broken. Das ist ein guter Einwand. PC ist kaputt und funktioniert nicht mehr. Warum sind die alle... Melee! Bei mir geht momentan alles kaputt, ne? Mir ist ja langweilig, wenn alles nacheinander kaputt geht, ne? True. Okay, ich finde es nur noch Afkala, also was soll ich machen? Nicht töten, das wäre ja dumm. Wo ist es aus dem Weg? Nein, ich wollte einen Afkala vor dir, hol mir einen anderen. Nein! Nice Teams. Die waren nicht Afkala. Die waren nicht Afkala vielleicht. Ich habe nicht gemerkt, dass du schon dahinter bist, bin ich ehrlich. Der läuft gegen die Wand, der ist long. Also ohne Fastball, Nades zu werfen ist weird. Nice Teams. Ich bin komplett ehrlich mit dir, ich weiß es auch nicht. Oh nein. Warum der? Alles gut. Wir sind halt nur draußen am Schimmeln. Oh Gott, ich habe ihn. Gerade daneben, da sind noch zwei vor mir. Noch ein Ende mir. Selbst gemerkt, mir geht es nicht gut. Help! Ich habe meinen eigenen Lebenspark nicht mehr gesehen. Wer kommt jetzt hinter mir? Kann ich hier mal eine ruhige Sekunde haben, please? Ein einfaches Nein hätte auch gereicht. Auch sad. Waffe leer. Das war ein absoluter Teil von mir. Ich kann nichts dagegen sein. Der ist rechts. One-Shot. Sie verloren. Der Sieg ist ganz nah. Dann kommen wir weg. Perfekt. Oh mein Gott. Jetzt hätte ich jemanden helfen. Er hat ihn nicht mehr genervt, oder? Er hat ihn nicht mehr nach jedem King. Das weiß ich gar nicht. Das ist eine Chance. Aber jetzt hier, oh Gott, das muss ich auch noch testen. Er ist nicht krasser wie ich, hey? Oh, ich verkauf mich selbst. Alles gut. Er ist nicht krasser wie ich, hey? Er macht eine Bubble rein. Ich habe einen Shotgun oder einen Shotgun geschaut, wo ich schlecht bin. Nice Team. Auch wenn ich glaube, dass du eine Kugel drauf gemacht hast. Die letzte. Okay. Oh. Das Team, oh Gott, mir geht es wunderbar. Den beiden nicht. Gut, wir auch nicht. Hat mich das gerade verwirrt. Warum springt der jetzt vor mich? Das mache ich schon mit Absicht. Das Team. Oh, da drüben. Ich weiß nicht, wo ich ihn geschossen habe. Jetzt wäre die Hellfreetion gut gewesen. Dieses Random nervt mich ein bisschen. Ich hinterfrag es einfach nicht mehr. Ich bin einfach scheiße. Wie habe ich dich nicht? Lol. Ich schieße Silhouetten. Viel zu nah dran für mich. Oh, oh, oh. Ey, besser als Sushi Domblade. So gut. Den habe ich auch noch. Schade. Oh, Gott. Das Team. Kommt mit dem Team, der durchgehorscht ist, oder? Ja, ich glaube schon. Genau deswegen liebt das Einsatz. Zone C verloren. Oh, Gott. Der wird fast selbst gekillt. Hahaha, ich darf doch landen. Aber ich muss sagen, sie überrascht mich extrem. Das mit der Hellfreetion, dass es immer nur random ist, das nervt mich. Aber sonst, die ist mega solide jetzt. Die fühlt sich extrem gut an. Ich kann verstehen, warum momentan viele die Sures spielen. Perfekt würde ich jetzt nicht sagen, aber man merkt, dass sie mehr Range hat als vorher. Gut, Stabi-Handling war so, dass so nice. Und dass 600 jetzt auch mehr Sinn machen zu spielen. Im Vergleich zu vorher. Ich bin auch gespannt, wie jetzt 450 ist in der Person, würde ich sagen. Die macht jetzt echt Spaß, doch. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.